Lohnen sich große Lounges, wenn du dein Online-Coaching verkaufen möchtest? Mein Name ist Alexander Kraus, ich bin Geschäftsführer der Digital Honeycomb GmbH und zusammen mit meinem Team unterstützen wir Coaching- und Beratungsunternehmen dabei, durch Online-Marketing-Maßnahmen mehr Neukunden zu gewinnen. Wenn du schon eine Zeit lang im Online-Marketing unterwegs bist, dann kennst du Lounges. Du machst wahrscheinlich auch sogar Lounges, wenn du dieses Video siehst oder überlegst zumindest gerade, ob du mal wieder einen Launch machen solltest. Launch heißt nichts anderes, als wirklich an einem konkreten Datum, das kann auch eine Zeitperiode sein von einer Woche vielleicht, ein bestimmtes Produkt zu verkaufen und davor eine sehr große Promotion zu machen, die die ganze Zeit darauf heiß macht und darauf einzahlt, dass an diesem Launch-Termin oder in dieser Launch-Woche alle Interessenten dein Produkt kaufen, du einen sehr hohen Umsatz in diesem Launch machst und danach eigentlich den nächsten Launch vorbereitest. Das ist ein Zyklus, den viele Coaches und Berater, mit denen wir arbeiten, durchleben. Das heißt, sie machen zwei, drei, manche vielleicht auch vier Launches im Jahr, haben immer diese Promotion-Phase von gut einem Monat davor, machen dann den Launch, machen darin ihren Umsatz und dann geht es weiter mit dem nächsten Launch. Und ich kann verstehen, dass das Spaß macht, dass das richtig gut sich anfühlt, wenn man so einen erfolgreichen Launch hat und dann eigentlich auf einen Schlag in sehr kurzer Zeit wirklich sehr viele Neukunden gewinnt. Aber ich würde dir dazu raten, das etwas differenzierter, etwas objektiver zu betrachten und dich dann nicht so von dieser Launch-Energie und von dieser Launch-Emotion so sehr ablenken zu lassen. Denn ich möchte dir gerne erklären, warum es sinnvoll sein kann, dass du zwar Launches beibehältst, aber eigentlich das Fundament in deinem Online-Business nicht auf Launches aufbaust, sondern auf einer Evergreen-Strategie aufbaust. Das heißt also, dass du jeden Tag, jede Woche, jeden Monat neue Kunden gewinnst und deinen Umsatz machst und immer Marketing für dich machst und eben nicht nur während der Launches. Trotzdem sollst du deine Launches ruhig beibehalten, falls es dir Spaß macht. Also du kannst da ganz drauf verzichten, das funktioniert auch. Aber wenn es dir Spaß macht, ist das schon ein ganz guter Weg, um immer mal im Jahr seine zwei, drei Umsatzspitzen zu haben, wo man einfach zu seinem durchschnittlichen Monatsumsatz einfach nochmal das Doppelte oder Dreifache drauf addiert, macht sich im Jahresergebnis ganz gut, spült dir nochmal jede Menge neue Kunden und Aufmerksamkeit ein. Also das lohnt sich schon weiterzumachen. Aber Evergreen ist eigentlich der Weg, auf dem du dein Business aufbauen solltest. Und vielen macht dieses Launchen halt gerade am Anfang sehr viel Spaß, weil wenn man so ein Business neu aufbaut, dann hat man ja noch nicht so die Reichweite. Und dann tüftelt man für sich rum, baut sich was auf, erarbeitet sich eine Strategie, hat dann so einen Termin im Kopf, wo man sagt, okay, da geht's los, da kommen jetzt die ersten Kunden rein für diesen Launch durch und es klappt dann auch auf einmal. Und dann kommen die Kunden und dann kaufen die auch und dann hat man festgestellt, okay, das scheint zu funktionieren, das muss ich jetzt immer wieder machen. Und dann fängt man an, in diesem Launch-Hamsterrad quasi zu laufen, dass du dich von einem Launch zum nächsten hangelst. Doch je größer dann deine Launches werden, weil du willst ja auch nicht stagnieren, du willst ja, dass du nicht 20.000, 30.000 in einem Launch machst, sondern willst du irgendwann mal 100.000 in einem Launch machen. Wenn du das geschafft hast, dann willst du auch mal 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 Euro in einem Launch machen, damit du dann auch deine Jahresziele erreichst. Denn wenn du deine zwei, drei Launches im Jahr machst und mit jedem dieser Launches drei, vierhunderttausend Euro Umsatz machst, dann kannst du auch die Millionen knacken. Aber jetzt möchte ich mal mit dir etwas zurückrechnen, was das eigentlich bedeutet, über eine Million Euro Umsatz im Jahr mit zwei, drei Launches zu machen. Ich habe mir hier gerade ein paar Zahlen vorbereitet auf dem Handy, die möchte ich mit dir gerne mal durchgeben. Also wenn wir das Beispiel eine Million Euro Umsatz im Jahr, wir würden das mal auf drei Launches verteilen. Das heißt, es sind ungefähr 330.000, 340.000 Euro Umsatz pro Launch. Diese Launches funktionieren in der Größe selten rein organisch. Also, dass du so viel Umsatz, so viel Neukunden nur über deine organische Reichweite machen kannst, sehr unwahrscheinlich, sondern du musst Werbung auf diesen Launch schalten. Und um deine über 300.000 Euro Umsatz in einem Launch zu machen, ist es realistisch aus unserer Erfahrung nach, dass du eigentlich 30.000 bis 50.000 Euro Werbebudget auf Facebook, Instagram oder YouTube investierst, um diesen Launch mit Teilnehmern zu füllen, die dabei sind und sich dafür interessieren. Und jetzt gehen wir davon aus, 330.000 bis 50.000 Euro in Ads. Wir sagen, dass so eine Promotion vor einem Launch ungefähr einen Monat lang läuft. Das heißt also, auf einen Monat verteilt gibst du 30.000 bis 50.000 Euro aus. Das heißt, jeden Tag über 1.000 Euro Budget. Und es kann sein, dass du schon solche Lounges machst. Dann weißt du, wie sich das anfühlt, jeden Tag 1.000 Euro auszugeben. Es kann sein, dass du aktuell noch kleine Lounges machst und überlegst, das beizubehalten. Dann versuch dir mal vorzustellen, was es für dich bedeutet, jeden Tag 1.000 Euro in Werbung auszugeben. Und viele machen da den Fehler, dass sie extrem nervös werden. Und wenn man in so einem Launch nervös wird, dann macht man nun mal Fehler. Und Fehler sind vor allem viel zu schnell, die falschen Entscheidungen zu treffen. Sicherlich musst du bei 1.000 Euro am Tag sehr eng und sehr schnell deine Anzeigen auswerten und auch vielleicht im richtigen Grad Änderungen vornehmen und gegensteuern. Aber du musst super cool und super entspannt bleiben, weil manchmal musst du es auch einfach 2, 3 Tage austesten. Manchmal hast du einfach einen Tag dazwischen, der läuft halt nicht so gut. Dann sind halt mal 1.000 oder 2.000 Euro verbrannt und die sind halt dann mal weg. Aber auf Dauer wird das funktionieren. Aber viele machen halt den Fehler, dass sie nicht diese Geduld haben, dann Fehler machen und sich eigentlich ihren Launch damit zerschießen. Und das ist genau das Risiko. Du hast in einem Launch nur eine Chance. Du hast diese eine Chance, ein Drittel deines Jahresumsatzes oder sogar die Hälfte deines Jahresumsatzes zu machen. Und jeder Fehler, kleinster Fehler, den du machst, kann sich extrem auf deinen Umsatz auswirken. Stell dir vor, du machst ein Live-Webinar in dem Launch, irgendeine Technik funktioniert nicht, vielleicht nicht mal ein Problem von dir. Ob das jetzt Zoom, ob das jetzt Webinar-Jam ist, vielleicht hat einfach die Software-Plattform an dem Tag ein Fehler, eine Stunde ist die ganze Plattform offline. Und dein Launch hat genau in dieser Stunde stattgefunden. Dann kostet dich das hunderttausende Euro, die du wirklich verlierst, die dir entgehen, plus das Werbebudget, was du auch komplett dann vielleicht verbrannt hast. Klar kannst du dann noch das nochmal wiederholen, du kannst wieder ein bisschen was gut machen und reinholen, aber du verbrennst auf einen Schlag super viel Geld. Das ist halt ein hohes Risiko. Und dieses Risiko einzugehen und dabei ja auch im Hintergrund ein Team zu haben, was bezahlt werden muss und andere Fixkosten, vielleicht Coachings, die du selber machst, die alle bezahlt werden müssen. Und das abhängig zu machen, alles nur davon, ob dieser eine Launch funktioniert oder nicht funktioniert, ist ein extrem hoher Druck und ist auch extrem riskant. Und ich bin der Meinung, dass es unternehmerisch ein Risiko ist, was zu groß ist, um es auf Dauer verantwortungsvoll zu vertreten. Und deshalb bin ich der Meinung, dass Lounges cool sind, wenn sie funktionieren. Aber dein Kern des Businesses sollte auf einer Strategie aufbauen, die dir jeden Tag, jeden Monat neue Kunden und Umsatz einbringt, damit du deine ganzen Kosten, die du hast und auch deinen Mindestgewinn, den du erreichen willst, ganz entspannt über dein normales Business eh immer reinholst. Wenn so ein Launch schief geht, ist das ärgerlich, aber es ist halt eben nicht mehr gefährlich. Und dann kommt noch dazu, dass es natürlich viel entspannter ist, zwei, drei, vierhundert Euro am Tag in Werbung auszugeben, einfach jeden Tag. Und du gibst das Geld heute in Werbung aus und siehst dann in ein paar Wochen direkt, wie viel Umsatz kommt darüber, kannst gegensteuern, kannst Änderungen vornehmen, kannst viel schneller auf deinen Markt reagieren. Das heißt also, wenn sich ein Thema, ein Trend in deinem Markt entwickelt, dann kannst du das in deiner Evergreen-Strategie einfach aufgreifen. Du machst einfach eine Anzeige dazu, du machst vielleicht einfach ein Video oder ein PDF dazu und nimmst das mit rein. So ein Launch ist ja über Monate vorbereitet. Da kannst du nicht so einfach einen thematischen Shift machen und mittendrin das Thema wechseln, nur weil gerade ein anderer Trend ist. In deinem Evergreen-Marketing geht das eben schon. Und wir unterstützen unsere Kunden genau dabei, diese Kombination auch aufzusetzen. Wir haben Kunden, die machen nur Launches, wir haben Kunden, die machen nur Evergreen, wir haben aber auch Kunden, die machen beides. Das heißt, die haben eine Evergreen-Strategie, die über das ganze Jahr läuft und zwischendrin wird immer wieder ein Launch gemacht und dann werden halt mal 100.000, 200.000 Euro extra Umsatz über so einen Launch reingeholt. Diese Strategien zu begleiten, die Ads mit einem kühlen Kopf zu schalten und trotz hoher Budgets immer die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist dabei unsere Aufgabe. Und wenn wir dich auch dabei unterstützen können, würde ich das sehr gerne machen. Um herauszufinden, ob das passt, können wir gerne mal ein kostenloses Gespräch führen. Das kannst du unter www.digitalhoneycomp.de vereinbaren. Dann sprechen wir einmal über deine aktuelle Situation, wie gerade dein Marketing, deine Launches oder dein Evergreen-Prozess aussehen, bereiten zusammen eine Strategie vor, wie wir das bestmöglich skalieren können, dass es für dich entspannt, angenehm und erfolgreich ist und setzen das Ganze dann für dich um. Ich freue mich auf jeden Fall, so ein Gespräch mal mit dir zu führen. Sag bis zum nächsten Mal, dein Alex.